Hi und herzlich willkommen zu einem Tenpen. Was ist ein Tenpen, falls du noch nie auf so ein Video geklickt hast? Es gab mal auf YouTube so einen kleinen Hype und der ist aber nicht mehr da. Ich finde aber dieses Format sehr wichtig, weil wir können dich immer nur kaufen. Wir müssen das, was wir kaufen, auch benutzen. Klar, es gibt auch die Möglichkeit zu verschenken. In meinem Fall ist verschenken eine richtig wichtige Möglichkeit, weil ich halt viel rumprobiere, gerade hier für YouTube beispielsweise. Und eine Zeit lang habe ich halt auch Produkte mal zugeschickt bekommen. Da meine Standards für Produkte sehr hoch sind, lehne ich halt zurzeit 100 Prozent ab. Ich kann euch nicht irgendwas anbieten, wo ich nicht zu 100 Prozent dahinter stehe. Und deswegen lasse ich das dann immer schon sein. Also ist auch wichtig. Aber wenn du jemand bist, der eben auch Produkte zugeschickt bekommt, dann ist es besser, man verschenkt hier zum Zweiten. Also kannst du nicht alles aufbrauchen. Ich sage immer so schön bei Skincare, ich habe nur ein Gesicht. Und da wird es dann halt schon schwierig. Aber da sich das bei mir so ein bisschen im Rahmen hält und ihr ja auch schon festgestellt habt, die macht nur noch ein Video die Woche, dann ist es nicht mehr ganz so viel wie vorher. Und von dem her habe ich aber dennoch Produkte, wo ich gemeint habe, die könnte ich behalten. Und die muss ich aber jetzt aufbrauchen. Ich hatte ja auch im Dezember diesen Adventskalender von Noh und wusste bei so ein paar Produkten, das ist nicht so 100 Prozent meins. Also das nütze ich nicht regelmäßig. Aber ich würde jetzt sagen, wir legen jetzt einfach mal los mit Produkt 1. Und bei Produkt 1, wer mir folgt, weiß, ich mag das eigentlich echt gerne. Und das ist auch ein richtig cooles Produkt. Aber ich habe im Moment noch viele Cremes, die ich noch nicht mal getestet habe. Dann habe ich Tone rumstehen und du kannst dir halt sicher sein, wenn du zu viele Sachen gleichzeitig aufhast. Und ich habe gerade im Moment zwei Cremes gleichzeitig auf. Eins geht dir kaputt. Wo willst du das alles hinschmieren? Und das hat das Urea Serum, was man ja als Creme verwenden kann, nicht verdient. Und dieses Ding ist mega gut, seit da eben keine Carbomere mehr drin sind. Nachkaufen würde ich es, glaube ich, schon. Aber im Moment ist viel zu tun. Und ich habe noch zwei Cremes, die ich von Noh testen möchte. Also wenn der leer ist, dann werde ich den, glaube ich, längere Zeit erst mal nicht mehr sehen. Aber ich kann es wirklich empfehlen, dass da eben Urea drin ist. Und wenn du halt eben so ein Typ bist, der eben auch wirklich fettige Haut hat. Und das Fett der Haut ist immer so ein Zeichen dafür, dass die Haut selber dehydriert ist. Habe ich lange Zeit nicht verstanden. Dann ist das eine gute Sache, auch wenn du offene, also offensichtliche, trockene Haut hast. Also wenn du auch so mit schubbiger Haut zu tun hast, beispielsweise. Das Urea echt super. Und ich vertrage es. Mein Hauttyp liebt das. Und da habe ich echt regelmäßig die letzte Zeit die Sache genutzt. 81,5 Gramm hatten wir das letzte Mal. Und jetzt haben wir nur noch 64,4. Und ich rate euch wirklich dazu, wiegt solche Sachen ab. Man sieht ja von außen nicht, dass es irgendwie leerer wird. Man braucht irgendwas für den Kopf. Und das wiegen echt eine sehr gute Sache, muss ich sagen. Übrigens, wenn ich nach unten gucke, da ist mein Notizbuch auf. Weil ich hier einfach auf der einen Seite mein Handy liegen habe. Auf der anderen Seite habe ich meine Sachen, weil ich ja hier meinen Ton über das Handy aufnehme. Also ist cool, aber sollte halt jetzt auch mal leer werden, weil ich einfach andere Dinge auch noch testen möchte. Kommen wir zu einem Toner, den ich auch mega gut finde. Und den habe ich in letzter Zeit auch häufiger benutzt. Und habe dann wieder festgestellt, der ist eigentlich saugut. Und mein Problem ist halt nur das, dass ich halt eben zwei Toner von Balea gekauft habe, die ich immer noch nicht getestet habe. Dann ist was von Isana rausgekommen. Und der Pure Toner, der ist bei mir so ein bisschen hinten angestanden. Und ich finde den super geschickt, weil der ist ganz, ganz, ganz dünn. Also ist ein bisschen breiter von der Flasche her. Aber so, wenn du den irgendwo so reinstellst, nimmt dann nicht viel Platz weg. Und das ist auch von der Art und Weise, wie er ist. Ich glaube, ich habe mal vorgestellt, wenn ich ein Video dazu finde, verlinke es euch unter dem i. Von der Art und Weise, wie er halt formuliert ist, ist es auch richtig gut. Wir hatten beim letzten Mal 230, ich mich jetzt nicht verlese, 0,9 Gramm. Jetzt haben wir 171,84, was mega gut ist. Also eine Zeit lang ist der bei mir so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil ich andere Dinge halt auch leer kriegen wollte. Aber der ist gut. Und wenn jetzt die anderen Toner nicht so gut sind, dann werde ich mir den wahrscheinlich schon wieder nachkaufen, weil der funktioniert für mich halt mega gut. Die Balea Meziger Creme, das ist die einzigste. Ich wiege übrigens meine Sachen mit einer Briefwaage, die habe ich euch unten. Klappt da mal auf. Die Infobox verlinkt, gibt es bei Amazon. Darüber kriege ich einen kleinen Bonus, wenn du über den Link einkaufst. Das ist das einzige Produkt, was ich nicht über die Briefwaage hier wiegen kann, weil es viel zu schwer ist. Und ich hätte eigentlich gedacht, ich hätte mehr von der verbraucht, aber so täuscht man sich wirklich. Habe ich mich da verschrieben gehabt? Nee, habe ich nicht. Also, so dass man seine eigene Handschrift nicht richtig lesen kann. Das ist eine Bodycream, die ist gut. Und für mich als Kompressionsschrumpfträgerin ist es halt schon auch eine wichtige Sache, eben die Haut zu pflegen. Und da kriegst du für einen relativ kleinen Preis, kriegst du bei Balea diesen Topf. Allerdings habe ich halt auch noch andere Sachen. Und aus dem Adventskalender ist auch eine Bodylotion rausgekommen. Solche Sachen verwende ich ganz gern auch für die Hände. Da ist das Powder von, nee, es ist nicht das Powder. Ich habe von Isanamed habe ich eine Urea Bodycream. Die mag ich viel mehr. Die ist auch ein bisschen zier. Die verwende ich lieber an den Händen. Da ich das Ding aber aufbrauchen möchte, kommt es halt öfters zum Einsatz. Wir haben 323 jetzt und zuvor haben wir auch 350 krank gehabt. Ich habe echt gedacht, ich hätte davon mehr genommen. Aber offensichtlich täusche ich mich da. Die Verpackung ist relativ schwer. Ja, jetzt ist es auch ungefähr halb mehr. Also ich habe schon einiges genutzt. Aber dennoch, da kommt nur einiges raus. Dann haben wir Isana Liquid Moisturizer. Ich will den immer Hydrator nennen, aber das ist der von No. Mag ich auch echt gerne. Habe ich jetzt wie gesagt durch die Aufbrauchgeschichte auch einfach gemerkt. Das ist eigentlich ein ganz gutes Produkt. Kann aber verstehen, warum anhand der Formulierung manche Probleme haben damit. Denn da kann es halt schon auch mal zu Unterlagerungen kommen. Er ist um einiges, sagt man dicker, zäuer. Also er ist auf jeden Fall ein bisschen dicklicher als andere. Und auf der Haut fühlt er sich auch nicht ganz so toll an. Wenn man irgendwie so einen direkten Vergleich hat, beispielsweise mit dem hier. Da schneidet der nicht ganz so gut ab. Dennoch kann ich verstehen, wenn man den mag. 114,04 Gramm hatten wir beim letzten Mal. Jetzt haben wir 95,42. Da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil bei den letzten Malen hatte ich den ja vergessen. Und jetzt ist es ein bisschen häufiger zum Einsatz gekommen. So, jetzt haben wir ein neues Produkt. Weil ich dann doch das ein oder andere aufgebraucht habe. Ich habe zum einen das Öl, das Reinigungsöl aufgebraucht. Das war ja auch schon fast leer. Und dann das Isana Serum habe ich auch leer gemacht. Erstes neue Produkt ist von Lavera eben das Creme Deo. Es wird jetzt ein Jahr alt. Und daran merkt man halt schon gerade so Sachen, die eben viel Angriffsfläche liefern. So Pöttchen und so. Ihr müsst gucken, dass ihr die leer macht. Ich habe von diesen Creme Deos schon öfters welche wegschmeißen müssen. Das ist noch in Ordnung. Es riecht noch angenehm. Aber jetzt muss ich halt ein bisschen mehr davon nehmen. Ich habe mir so ein bisschen erwischt, dass ich in letzter Zeit mehr so Sprühdeo genommen habe, weil es schneller geht. Das habe ich natürlich jetzt zum ersten Mal gewogen mit 59,49. Ich hoffe, beim nächsten Mal ist da schon ein bisschen mehr draußen. Die No-Maske, ich glaube so zweimal. Mit der habe ich Schwierigkeiten, weil ich bin kein Maskentyp. Ich kann das nicht in meine Routine einbringen. Ich mag es dann einfach nicht. Gleichzeitig habe ich noch ADHS und irgendwie ich und Masken. Funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ist trotzdem ein sehr gutes Produkt, was wirklich wundervoll formuliert ist. Aber ich nütze das halt irgendwie nicht so. Jetzt zwinge ich mich halt, die ganze Sache zu verwenden. Mir hat man auch schon gesagt, ich soll es einfach in anderen Körperteilen als Creme verwenden. Das würde ich nicht so feiern, weil da ist Kreide oder irgendwie was drin. Also irgendwas, ich weiß jetzt die Inhaltsstoffe nicht auswendig, aber irgendwas, was abmattiert. Und das macht bei mir auf der Haut so ein komisches Gefühl, weil ich sensorisch, da komme ich nicht drauf klar. Also es ist bei verschiedenen Produkten so, die halt nicht explizit jetzt für diese andere Körperstelle gut ist. Beispielsweise auch das Öl, was ich mal zum Duschen verwenden wollte. Das mochte ich auch überhaupt nicht. Und daher würde ich das auch nicht so wirklich auf der Haut mögen, weil wie gesagt, da ist irgendwas drin, was ein bisschen abmattiert. Egal, ich verwende es weiter fürs Gesicht. 61 Gramm, nee, halt. 86,2 Gramm beim letzten Mal. Und jetzt haben wir 81,38. Also ein bisschen was ist weg. Aber es hat schon noch ein bisschen mehr wie die Hälfte. So, das Vitamin C-Öl. Das Vitamin C-Öl habe ich verwendet, aber offensichtlich gar nicht oft, weil da ist nicht viel draußen. Das ist aber auch bei mir erstens ergiebig wie Sau, weil ich kann das nicht so auftragen, weil drei Tropfen sind bei mir schon fast zu viel. Da habe ich versucht, trotzdem immer drei Tropfen zu verwenden. Tagsüber ist das für mich gar nichts. Also nehme ich es meistens nur abends. Dann, ja, ölig. Ich habe eine ölige Haut. In meiner Vorstellung mache ich das Öl ja nicht runter am Morgen, um es dann wieder ölig zu machen. Das ist bei mir immer irgendwie nicht so ganz. Ja, mag ich halt einfach nicht. Ich mag das von der Sensorik her auch einfach gerade bezüglich meiner ADHS nicht. Und wir haben hier 61 Gramm gehabt. Das war, glaube ich, die volle Flasche. Jetzt haben wir 58,56. Bisschen was ist draußen. Bisschen was. Aber es ist noch sehr viel drin. Also von dem werden wir noch ein Weilchen was haben. Dann haben wir das No Liquid Hydration und Niacinamid Serum. Das ist ein Bundesserum. Nicht falsch verstehen. Und als das rausgekommen ist, ich habe ein Video dazu gemacht, das ist schon ein bisschen älter, war das halt auch so, dass Niacinamid noch nicht so wirklich in der Drogerie angekommen gewesen. Also als dann alle anderen drauf aufgesprungen sind, war plötzlich überall Niacinamid dran. Und das ist jetzt auch so ein typisches Serum, was jetzt für mich nicht mehr hundertprozentig in meine Routine reinpassen würde. Also ich würde es nicht speziell hernehmen. So ganz bewusst. Ich habe es halt jetzt, also verwende ich es auch. Wir haben hier 63,41. Also ich glaube, das hatte ich schon ein-, zweimal jetzt aufgehabt. Und ja, und da das dann eher bei mir so ein bisschen nach hinten rutschen würde, wenn ich es jetzt nicht bewusst nehmen würde, habe ich es halt in meinen Tan-Pen reingehauen. No Handcreme. Gerade ist sehr viel am Lernen. Und mir ist es einfach auch ständig kalt. Und was ich dann noch nicht mag, ist, wenn ich Handy gewaschen habe und die dann so trocken sind und du fällst Papier an. Kennt ihr das, diese Sensorik? Boah, ich hasse das nicht. Ich muss dann immer erst mal schön Handcreme drauf machen. Und da ist die halt wirklich zum Einsatz gekommen. Und merkt ihr, auch Andi ist gar nicht mehr so voll. Jetzt könntest du das nächste Produkt sein, was wirklich leer ist. 80,32 beim letzten Mal. Und jetzt haben wir, stimmt das? 38,65, ja, es ist wirklich nicht mehr viel drin. Also, ich hätte es auch nicht gedacht. Weil ich kaufe mir seit Jahren keine Handcremes mehr, weil ich da halt Bodylotion zunutze oder was halt auch da ist. Aber naja, letztes Produkt. Das letzte Produkt ist Squalane. Ich habe es immer noch. Ich habe es immer noch. Ich weiß. Ich habe es jetzt die letzten Male zweimal statt Creme verwendet. Squalane ist eine tolle Sache, wenn du beispielsweise zu trockenen Spitzen neigst oder eher so dickere Haare hast und die so ein bisschen pflegen möchtest und so. Das Squalane auch gut, weil Squalane nicht so rückfettend ist. Ich habe mein Video zu Squalane gemacht. Wenn ich es vergesse, wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es euch. Ansonsten guckt ihr mal auf meinem Kanal. Und die Qualität von dem Squalane von Bayern Zünner ist halt richtig gut. Ich habe gut Geld bezahlt für die Probe. Und jetzt ist es halt auch wichtig, dass ich sie wirklich jetzt mal aufbrauche, weil es ist jetzt sehr lang schon auf. 9,59 Gramm und jetzt haben wir 9,17. Also ein bisschen was ist draußen. Ein bisschen was. Gut gemacht. So, wie ist es bei euch? Habt ihr auch eine kleine Aufbrauch-Challenge? Denkt immer daran. Kauft nicht nur, sondern braucht auch eure Produkte auf. Und ich habe eine gute Empfehlung, wenn ihr zum Beispiel gerade in der Skincare eben Dinge aufbrauchen wollt. Macht eine Routine aus ganz neuen und alten Produkten, die ihr aufbrauchen wollt. So ist das Aufbrauchen an sich nicht so schwierig und wiegt die ganze Sache wirklich ab. Ihr findet unten die Briefwaage, die ich habe, die ich auch zum Sonnencreme abmessen nütze. Kannst du mal unten in die Infobox reingucken. Ich melde mich an der Stelle ab, sag danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlassenen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.